Im Jahr 2018 hat Maximilian Wolf beschlossen, die Immobilienbranche zu revolutionieren. Er sagte Nebenjobmaklern und Geldgeiern den Kampf an. Seine Mission? Den ehrlichen Immobilienmaklern ein besseres Leben ermöglichen. Maximilian Wolf sammelte Gleichgesinnte um sich und tauchte in Augsburg unter. Hier gründete er das Primo-Team. Das Primo-Team verfolgt seitdem eine außergewöhnliche Strategie. Eine immer volle Objektpipeline, automatisierte Prozesse und Digitalisierung für die guten Immobilienmakler. Damit die besten Makler immer wiederkehrende Einnahmen haben. Und jeder bekommt, was er verdient. Die Topmakler eine doppelte Provision. Und die schlechten, naja, sie selbst. Seitdem haben es die Nebenjobmakler und Geldgeier auf das Primo-Team abgesehen. Aber sie geben nicht auf. Sie wollen nicht ganz ernst genommen werden. Aber ihre Mitbewerber sollten sie ernst nehmen. Mit Maximilian als Revolutionär und Visionär. Mit Dennis als Wegweiser und Talentsucher. Mit Tanja als Orga-Gehirn und unfehlbare Rückhand. Mit Simon als Prozess- und Computergenie. Und mit Marco als Mentor und Missionsleitung. Ich liebe es, wenn ein Prozess funktioniert. Für dich gibt es jetzt nur noch eins zu tun. Werde Teil der Revolution.